Oh, oh. Oh, oh. Na, wenn das nicht cool war. Oh, sie hat irgendwas. Oh nein. Eine Vision? Oh, schnell wieder. Oh, ich fühle mich nicht so super. Max! Eine Vision. Was passiert hier? Warte auf. Oh, okay. You freaked me out there. Do you feel any better now? A little. Thanks for helping me. Just give me a minute. Too much action for Arcadia? Maybe not enough. This is kind of fun. Scary and stupid, but fun. Let me know when you feel okay. God, this power really messes with my head. I feel normal again. I'd rather go chat up, Chloe. Sicher? Warum habe ich jetzt dann die Möglichkeit, wegzugehen von ihr? Ich labere es jetzt einfach nochmal voll. Dann reden wir mal mit ihr. Oh, oh. Nein. Leg die Waffe. Frank? Frank. Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute when you're playing with guns. Just like me at your age. Uh-oh Jetzt gibt's Action Was mache ich jetzt? Ich schieße nicht Ich schieße mich Ah, Christ Du bist eher wie Abbott und Costello Schönes Stück Ich werde das Interesse auf deine Anzahl Danke Du hast bis zum Freitag oder ich werde dich mit diesem Interesse Leute Ich hab Superkräfte Tja Aber wir wollen trotzdem wissen, wie es hätte ausgehen können, oder? Wir probieren einfach Wir wollen sehen, was passiert, oder? Komm schneller Ich will sehen, was passiert wäre, wenn ich geschossen hätte Hä? Oh, das war ein bisschen zu weit, ne? Ähm Ah, ich kann nicht skippen Jetzt kann ich skippen Wow Schießen Keine Kugeln mehr Ich hätte den gar nicht erschossen Hm, soll ich das lassen, oder soll ich... Ich muss kurz überlegen... Jesus Das macht das Spiel aber irgendwie interessanter, oder? Wisst ihr was? Ich lass es so Boah, ey Ich überlege gerade noch, ob ich zurückgehen soll Aber ich lass es Das macht das Spiel Entschuldigung Ähm, das macht das Spiel auf jeden Fall interessanter, wenn ich es, glaube ich, so lass Bestimmt muss ich mit ihm später sprechen, was es mit dem Armband auf sich hat Und er wird mir wahrscheinlich nichts sagen So ist es doch am Ende immer Ach, Chloe, mein kleines Herr Bububububi Komm, wir gehen Oh Gott, ist das süß Ich könnte jetzt heulen irgendwie Ich bin voll die Muschelig Ich bin einfach glücklich, dass du hier bist Ich bin auch Ich glaube, ich glaube Ich glaube Chloe, warum die hell sind du mit Schwerst, wie Frank? Es ist wunderschön Wir gehen, wir gehen, und ich spreche Es fühlt sich wie eine andere Welt, oder? Ich wünsche, dass wir bleiben können Ich wünsche, dass wir immer noch nicht bleiben Können wir eine andere Pirate-Fort und Was ist mit Frank? Ich weiß, dass ich mich zurückkehren kann, aber, Chloe, das ist kein Spielzeit. Keine Ahnung. Max, ich weiß. Das ist die neue Normale für mich. Das ist deshalb, dass ich nach Arcadia Bay verlassen habe, ohne Frank zu bezahlen. Jetzt, erzähl mir genau, was passiert zwischen dir und Frank? Er hat ein letztes Name? Frank Bowers, er ist nur ein Dealer, wo ich meine Weed bekomme. Der der in deinem Freund, nicht wahr? Anyway, Frank und ich ein bisschen hung. Wie? Mein Gehirn ist zerstört. Aber sei vorsichtig. Mein Gehirn ist zerstört. Mein Gehirn ist durchgebraten. Mein Gehirn ist so fried von all of this. Ich brauche ein Mental-Einema. Es ist so weird, mit Ihnen zu sprechen, über dieses Insane-Crap. Wir haben noch nicht so weit gefangen, seit wir waren tweens. Und es ist wie, keine Zeit hat sich passen. Ich wünsche, dass Rachel hier war, um dich zu treffen. Es war ein Problem. Wir sind hier in der Zeit, wie du es deinem Freund habe. Ich weiß, dass wir keine Freunde haben. Du bist so wichtig. Ich weiß, dass Rachel und ich wieder willkommen sind? Du bist so ähnlich. Du hast dich, dass Rachel und ich mit mir sind? Du bist so ähnlich. Du hast... Du hast... Du hast... Du bist so... Du bist so ähnlich. Ich habe keine Ahnung, warum. Kerouac knew. Es ist die Romance des Travels und Bewegung. Die Sound der Train-Wistle. Look at the Beat Poet, hier. Ich würde lieber ein guter Fotografer sein. Du bist. Du musst einfach nicht sein. Perfekt. Oh nein, eine Vision. Und auch noch gerade an den kleinsten Helm. Was? Was? Oh man, Chloe. War ja klar. Was mache ich? Ja. Look. Was? Wo denn? Wo soll ich hin? Oh mein Gott. Was soll ich machen? Was ist das? Was? Was? Was ist das? Was? Was ist das? Was? Was? ich muss noch weiter zurück ich kann oh mein gott was gibt es hier noch take nimm es so gibt es hier noch was jawohl was gibt es hier ja hol es was hat es hier nichts ja ich hör es doch äh äh warte zurück äh was ich weiß halt nicht was ich machen soll was weiß ich doch nicht äh rot okay oh oh my god ich hab's geschehen yes okay you save me again crazy now we're totally bonded for life damn that was close aren't you glad i took you away to a nice quiet desolate spot it was cool to spend time in your lair but i have to get back to school before my next class since you're the mysterious superhero i'll be your faithful chauffeur and companion my powers my powers might not last chloe that's okay we will forever oh das ist so gold oh das ist so goldig ey explain your tornado vision explain what snow equals that ginormous twister that takes out arcadia bay you're high wake up max you saved my life twice now you alter the course of my destiny yours and whoever do you know about chaos theory um uh uh it means shit happens right no crazy shit happens because it can and will why me i'm just a geek girl in some small town a perfect example of strange attractors don't they teach you kids anything it's not well we have a tornado rewind power and freak snow hello armageddon so let's party with your power rockstar like he said professor price a superhero needs a sidekick how can it be such a shitty week and yet one of the best of my life because we're back in action again ach die beiden sind echt goldig zusammen irgendwie we're back in action again see you uh bye bye c bye Untertitelung des ZDF, 2020